Hallo und einen wunderschönen guten Tag zusammen, eine freunde Unterhaltung. Hier ist wieder euer Woogie und Mr. Survival. Ja, nachdem wir gestern wieder vom Bären abgefuckt worden sind, habe ich mir gedacht, heute werden wir mal nicht auf Wanderschaft gehen, heute werden wir einfach mal ein bisschen bauen. Und zwar werden wir einfach mal hier so gucken, dass wir uns vielleicht so ein Campfire bauen und ein paar Sachen hier einfach aus dem Strukturen, Buildings, Menü einfach mal ein bisschen craften. Weil wir haben ja genug Scheiße zusammen eigentlich, dass wir was hinkriegen. Wir brauchen echt viel, wir können zum Beispiel eine Wasseraufbereitung suchen, also ein Wasserfass. Dann hier verdreckiges Wasser auf jeden Fall, wäre auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier eine Werkbank, auf jeden Fall wäre auch nicht verkehrt, wenn wir uns die bauen würden mal langsam. Die auch sehr wichtig ist, definitiv, die echt sehr, sehr wichtig ist. Gut, die Häuser brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Strom brauchen wir erstmal auch noch nicht. Betten, okay, können wir vielleicht oben mal bauen, irgendwann mal, bei Zeiten irgendwann mal. Aber was wirklich wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall ein Campfire. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Stöcker, definitiv. Brauchen wir definitiv, dass wir ein paar Steine haben. Oder wir machen einfach ein Basic-Feuer, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und draußen halt einfach mal hier so ein, wir bauen uns einfach mal so ein Grill, so ein Campfire würde ich sagen. Und darauf dann den Grill. Schauen wir mal, was brauchen wir denn jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall acht Steine und sechs Gedönsdinger hier. Gucken wir mal, was haben wir überhaupt eigentlich am Start hier eigentlich alles. So, jetzt gucken wir mal hier, da haben wir nur Blätter drinne. Da haben wir auch Holz drinne, genug Holz, Nägel. Das haben wir auch, davon haben wir drei, davon haben wir sechs. Einen Stein haben wir, glaube ich, bloß. So, natürlich könnt ihr auch eigentlich alles hinschmeißen, aber will ich jetzt nicht machen. Wir machen das mal ganz anders, bevor wir jetzt rausgehen tun. Machen wir mal... Also, ich wollte schon sagen, Alter. Ich wollte echt schon sagen, dass es alles weg ist. Das Problem ist, es ist ja wirklich alles weg. Wir haben ja wirklich viel verloren, letztes Mal. Okay, das war jetzt echt doof. Warte mal, wir müssen ja da hin. Ja, nee. Ich muss nur merken, die untere ist das auf jeden Fall. So, das Einzige, was wir haben, ist die Säge auf jeden Fall. Das Messer haben wir am Start. Wieso können wir die blöde Säge nicht anlegen? Komisch. Gut, okay. Müssen wir mal gucken. Warum haben wir die Säge? Die brauchen wir definitiv nicht anlegen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Axt. Die müssen uns wieder bauen oder finden oder weiß der Geil oder was. Ja, müssen wir mal gucken. Wir brauchen echt viel. Wir brauchen echt viel Zeug. Jetzt gehen wir mal raus in die Wildnis und gucken mal, dass wir hier ein paar Stöcker finden. Und ein paar Steine sammeln. Einfach mal so ein bisschen das Notwendigste. Hier zum Beispiel haben wir schon mal einen. Haben wir schon mal einen gefunden. Sehr gut. Ein hartstück. Ja gut, dafür können wir jetzt irgendwas anderes basteln. Jetzt gehen wir mal ein bisschen einfach auf Loop-Tree hier so ein bisschen. Außerhalb unserer Base so ein bisschen. Dass wir so ein bisschen was finden. Dass wir so das Nötigste bauen. Gucken, dass natürlich kein Bär in die Nähe kommt hier irgendwie. Habe ich nämlich gerade gar keine Lust drauf mehr zu sein. Nicht schon wieder. Hat mir echt gestern gereicht mit den Bären. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen hier. Dass wir es mit den Bären hinkriegen. Äh, ohne Bären. Einfach mal Steine sammeln, ein bisschen Stöcker sammeln. Ähm. Ohne. Großartig drauf zu gehen. Dass wir uns ein kleines Campfire bauen einfach mal. Dass wir zumindest mal überhaupt irgendwas bauen hier. Weil momentan haben wir ja wirklich nichts gebaut. Äh, man hat schon so lange gezockt jetzt und noch nichts großartig hier gemacht. Was jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache ist eigentlich. Hätten eins schon längst was bauen können, bauen sollen eigentlich. So, vorhin sind auch noch ganz viele Steine sehe ich gerade. Vorhin ist noch ein Haus. Aber halt ein bisschen immer die Umgebung im Auge behalten. Weil ich habe nämlich, wie gesagt, keinen Bock jetzt. Ähm. Hier großartig Hopps zu gehen. Nimm alles nur mit hier, was wir finden. So, ein paar Steine, ein paar Blätter. Nimm wir alles mit hier. Ich weiß nicht, was das da vorne ist. Keine Ahnung. Da könnten wir theoretischerweise mal hingucken. Ich habe ein bisschen Angst davor, da vorne zu latschen irgendwie. Cool wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch unsere Axt finden würden. So. Da rufen wir jetzt nicht laufen, aber irgendwie ist da vorne, glaube ich, auch gefährlich. Mal gucken. Mal schauen, würde ich sagen. Einfach mal Cookie Cookie machen. Lucky Lucky. Nehmen wir auch mal mit hier den Lumpen. Keine Ahnung, was das für ein Haus ist. Vielleicht ist das ein gutes Haus. Blaue Bären sind auch immer lecker. Die können wir uns mal so zwischendurch reindrücken. Für den kleinen Snack zwischendurch. Und jetzt in der Hoffnung einfach, dass hier nichts irgendwie rumlungert. Und auf mich wartet. Das sieht eher aus wie so ein... Was ist das hier? Eine Kinderschaukel, okay. Hallo, ist da jemand? Gut, hier ist nichts drin, ne? Hier ist echt gar nichts drin, okay. Oh, das ist ein Brunnen, ne? Leute. Wie geil ist das denn? Das ist auch wieder mit so komischen Statuen hier überall. Hier ist eine Straße. Okay. Mit der Straße habe ich es nicht... Was ist das da oben? Ist auch wieder um so ein Haus. Gehen trotzdem mal einfach durch den Wald jetzt wieder ein bisschen hier lang. Und schauen mal, dass wir das ganze Giraffe auffinden, aufsammeln hier irgendwie. Einfach mal ein bisschen auf Sammeltour heute gehen. Und unsere ersten Sachen craften. Was war das für ein Geräuschschirm gerade? Ich bin mir sicher, aber irgendwas war das auf jeden Fall. So, machen wir schon mal einen Stein. Den können wir zumindest dem Bären in den Stein am Kopf schmeißen. Da vorne ist das Camp, wenn mich alles täuscht. Das war, glaube ich, das Camp. Das war, glaube ich, dieses Militärcamp. Also, ich traue dem Frieden halt nicht so wirklich. Nach der letzten Aktion, nach den Bären, bin ich da echt etwas vorsichtiger geworden. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und mir gezeigt so, ey, wir sind noch nicht bereit, uns mit irgendwas anzulegen hier. Weil wir halt noch gar nichts haben. Und wenn du hier nichts hast, in Mist, dann hast du Mist am Hacken. So sieht das Ding nämlich aus. So ein Teil ist das, weißt du. So, jetzt gucken wir mal. Ein Campfire haben wir doch schon mal. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Darf ich nochmal sagen. Machen wir doch mal einfach. Das Campfire kommt auf jeden Fall rein. Das machen wir da drinnen, das ist mir egal. Weil ich habe nämlich keinen Bock, das draußen zu machen. Und wenn ich jetzt mal was essen will, muss ich nicht haben. Start Build. Das machen wir jetzt mal fertig hier. Das gedönst. Und wir haben unser erstes Campfire, Leute. Unser Campfire ist am Start. So, da brauchen wir auf jeden Fall Holz für. Holz für brauchen wir auch definitiv. Aber haben wir ja. Das wäre jetzt nicht das Problem. So, jetzt gucken wir, dass wir mal hierfür das da holen. Können wir auch machen sogar. Auch sehr geil. Können wir aber noch nicht herstellen. Was brauchen wir dafür? Metallschrott und Komponenten. Vier mal und einmal. Okay, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich das alles habe. Okay. Da haben wir nur dreimal. Uncool. Sehr uncool. Ich hoffe, wir haben oben irgendwo noch was. Da, wo ich mir gerade nicht mehr so sicher bin, wirklich. Ist hier was neu. Da ist nichts mehr. So, jetzt gucken wir hier rein. So, da haben wir Komponenten auf jeden Fall. Und anderes Gezuppel. Okay, das wird nicht reichen. Gefällt mir gerade gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Metallschrott. Ja, wir haben nur dreimal. Und ein... Das heißt auf jeden Fall, wir müssen noch mal los. Wir müssen mal noch Giraffe suchen. Oh, da liegt doch was. Eine Feder. Irgendwas lag da gerade. Das ist ja gut. Also, ich wollte gerade sagen, da bewegt sich irgendwas, ey. Oh, oh. Das war gerade nicht gut. So. Ach, ich wollte schon sagen. Wer zu... Ach stimmt, ist ja mein Holz hier drin, was wir drin liegen haben. Mein Holzgeraffel. Ähm... Ja, gut. Hier haben wir nichts mehr. Jetzt müssten wir eigentlich mal... ...nach da oben gehen. Wir haben halt gar nichts mehr im Endeffekt. Wir haben bloß unser blödes Messer. Ich weiß nicht, ob das was bringt hier. Ne, sieht nicht danach aus. Gut, wir haben uns jetzt einen Blöden um den Stechenwelt einfach ab. Scheißegal. Würde zwar echt nichts bringen, im Endeffekt, weil... Ähm... Mit dem Messer werden wir nicht weit kommen. Jetzt bin ich halt echt in der Hoffnung, dass wir hier Metallschrott finden. Woran ich aber fast gar nicht glaube. So, wir sind auch wieder beim Tag 5 schon mal. Ich dachte mir, ich schaue jetzt einfach mal rauf hier. Schaue hier, weil... ...ein paar Tage schon mal überlebt. Nicht viel, aber ein paar Tage. Oh, hier müssen doch bestimmt Metal Scraps liegen, oder? Oh, ich bin gerade erschrocken, dieses Geräusch, Alter. Ich dachte schon. Aber hier müsste doch eigentlich irgendwas... ...irgend ein Gedöns müsste doch hier noch liegen. Kann ja sein, dass hier alles weg ist. Nur wenn ich hier einmal herkomme und looten tue, dass alles weg ist. Da liegt doch was, oder nicht? Da ist doch was. Ha! So, Pick-Up-Stone. Wunderbar. Hier noch ein paar Komponenten noch am Start. Holz noch am Start. So lobe ich mir das. Was haben wir hier? Und nochmal eine Kiste. Ah, ist nichts mehr drin, ne? Die Kiste könnten wir uns aber mitnehmen eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf. Die werden wir uns mitnehmen. Ganz einfach. Auf dem Rückweg nehmen wir die uns mit. Und stellen wir uns dann kurz in die Bude rein. So, da ist noch ein Stein. Den nehme ich mir mal mit. Das Blatt nehme ich mir auch noch mal mit. Wir können die ganzen Scheiße brauchen nämlich. Ich habe das Spiel nämlich so ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht wirklich viel Giraffe gesammelt. In der Hoffnung immer so, ach ja, das wird schon reichen. Das wird schon passen, wie wir es machen. Im Endeffekt passt das überhaupt nicht, was wir gemacht haben. Aber naja, man lernt aus Fehlern. Man lernt daraus, sage ich mir immer. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir uns so nach und nach hier alles so ein bisschen zusammencraften. Und hier ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt die Ecke. Auch wenn wir eine Menge... Giraffe liegt hier definitiv. Ich weiß nicht, wofür wir die ganzen Stöcker bauen. Das weiß ich auch noch nicht. Da muss ich mich auch noch schlau machen. Werden wir alles sehen. Durch die Werkbank spielt dann ja noch. Die wollen wir uns auch noch craften tun. Was ist das hier? Ne, gar nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal hier. Vielleicht im Müll irgendwas. Ah ne, ich bin es gewohnt, im Müll zu gucken, obwohl da nichts mehr drin sein kann eigentlich. Könnten wir auch moving, können wir auch ins Haus bringen. Will ich aber nicht. Ach, hier ist eine Menge Giraffe. Sehr nice. Hier ist wieder sehr viel am Start. Wir haben ein bisschen Holz. Blaubeeren auf jeden Fall. Ihr merkt selber, man muss halt wirklich überall in die Ecke gucken immer. Hier kann echt viel Zeug liegen überall. Hier in den Plumpskloß liegt jetzt nicht wirklich viel. Und dann geht es hier auch noch lang. Ich sag halt noch, wir müssen überall gucken und rennen hier lang, wie so gestört er. Also, war wieder typisch. Aber hier drin ist nichts mehr. Schade, schade Marmelade. Ist hier nur was, was wir so mitnehmen könnten. Könnten, könnten. Ein Zahnrad. Ein Zahnrädchen, meine Freunde. Schau mal an. Und wir können sogar hier hochspringen. Jetzt haben wir dafür eine Feder gefunden. Da wir wohnen belohnt fürs Springen, um eine Feder zu bekommen. Jawohl. Das hat sich voll gelohnt. Hier ist noch die Raffel. Sehe ich von Weitem. Und hier lag gerade noch ein Stock. Ich sehe noch was. Außer ein Blatt liegt hier vorne noch. Da liegt noch ein Blatt. Schau ich mal hier. Hier ist nichts mehr. Den Stock nehme ich noch mit. So, wir sagen ab nach Hause. Und mal das Zeug bauen für unser Campfire. Wir brauchen dann auf jeden Fall auch noch Fleisch. Und Fleisch bekommen wir bekanntlicherweise durch ein Tier hier. Und zwar den Bären. Ja, der Bär. Ey, hier liegt der Dings. Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Dass wir es machen konnten. Auch wenn wir eine Menge Zeug haben, wird es am Start hier. Please close it up. Haben wir immer noch nicht. Wir haben vier Stück. Warte mal, wir haben doch vier oder nicht? Acht Stück sogar. Lol, warum... Ey. Ja, start bitte. Aber warum macht ihr das nicht? Hä? Cancel. Cancel mal das Ding mal. Dann pass mal auf, wir machen was anders. Dann probieren wir es jetzt mal so. Aber... Äh... Ich brauche einen Hammer, Alter. Ich brauche einen Hammer. Und den Hammer haben wir hier. So. Zum Glück haben wir noch einen Hammer einstecken. Haben wir ein Glück, ey. So. Unser Campfire ist fertig. Voila. Wir können was essen. Yay, wenn wir uns zu essen hätten. Ja. Soviel zum Glück. Alles egal. Wir haben auf jeden Fall was gebaut. Wir haben es neun Uhr morgens. Das ist perfekt. So, jetzt können wir mal gucken. Wir haben auch noch... Stick. Stick haben wir aber nicht da. Für Lampen. Das haben wir auch nicht. Wundenscrap haben wir nicht. Wir müssen halt gucken, dass wir das nötige Zeug dafür halt haben, Leute. So. Seile. Ja. Seile werden wir nicht herstellen können, weil wir natürlich nicht... Feuerholz haben wir natürlich jetzt auch nicht. Feuerholz haben wir Feuerholz. Viermal. Ah, aber uns fehlt der Eimer. Alles klar. Da fehlt uns die Seile wieder jetzt hier. Hier haben wir Holz dabei. Und die Werkbank haben wir aber. Die Werkbank könnten wir bauen. Das heißt, wir brauchen noch... Zehnmal oder paarmal Holz am Start. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So, das da rein. Das machen wir auch mal da rein. Das Giraffel hier. Das kommt in das andere Fach rein. Das weiß ich noch. So, da ist Holz. Sollte, glaube ich, reichen sogar für die Werkbank jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Wo ist die blöde Werkbank? Und es ist für uns fünf Dinger hier. Warte mal. Habe ich gerade weggepackt. So. Die Werkbank haben wir. Und ich würde sagen, die Werkbank packen wir hier unten hin. So. Passt auf. Dann machen wir es ganz einfach. So, einmal. Ähm. Ah, ne. Ah, ja. Rotaten. Ja, habe ich gesagt. Du Idiot. So. Ist das gerade, ja, ne? Ich glaube nicht ganz gerade. So, ist das so gerade? Ich weiß gerade gar nicht. So. Ja, wo ist mein Hammer jetzt am Start? Ist der Hammer kaputt, oder was? Ich habe doch einen Hammer am Start. Ah, ja. Ich muss gedrückt halten. So, Werkbank ist da, Freunde. Ah, uns fehlen Metal Scraps noch. Ah, lol. Nein. Uns fehlen echt Metal Scraps jetzt, ne? Warte mal. So. Und so. Ha. Voila. Werkbank ist da, Freunde. So, und von hier aus können wir beliebig jetzt was machen. Wir können uns Nägel herstellen. Wir können eigentlich alles machen. Wir können unsere Sticks herstellen. Wir brauchen. Wir können uns auch endlich hier unser Zeug herstellen. Sprich, unseren Bogen. Pfeile. Köcher. Klamotten. Gut, das ist jetzt nicht so doll wichtig. Aber wichtig ist halt hier. Wir können eine Wasserflasche machen. Können wir. Sehr geil. Ähm. Zwar leere, aber können wir füllen. Ein Schraubenzieher. Ist auch nicht verkehrt. Brauchen wir sowieso. Den Bucket brauchen wir auch noch. Den müssen wir herstellen. Schon alleine für die, ähm... Für die, 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 die. Warte mal. Für die, 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 die. Irgendwo brauchen wir ein Bucket für. Wofür brauchen wir den Bucket jetzt? Dafür. Dafür brauchen wir den Bucket auch immer für den Wasser. Also fürs schmutzige Wasser zum Saubermachen. Generator kommt später. Und so, das gucken wir mal. Werkbank haben wir. Ähm. Das brauchen wir noch nicht. Repair Bench brauchen wir auch nicht. Okay, das haben wir auch noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Licht. Guck, dafür sind die... Ja, das ist auch nicht schlecht. Wäre auch nicht so verkehrt, glaube ich, wenn wir das bauen. Also dafür brauchen wir halt einen Generator. Und der Generator ist auch hier irgendwo gewesen. Wer mich nicht alles täuscht, ist der auch hier irgendwo. Da ist der Generator. Den brauchen wir auch. Dafür brauchen wir sechs Zahnräder, Scraps und Komponenten wieder. Ja, super. So, jetzt haben wir zumindest schon mal das. Wir sind schon mal ein bisschen weitergekommen auf jeden Fall, Leute. Wir sind schon weitergekommen. Jetzt könnten wir uns eigentlich oben unser heimisches Bett mal bauen. Was haltet ihr davon? Wir brauchen hier noch Komponenten. Racks haben wir. Bretter weiß ich nicht. Wir brauchen zehn Bretter. Ich glaube nicht, dass wir zehn Bretter noch haben. Zwei haben wir da noch. Ähm... Ähm... Und was wir uns holen auf jeden Fall noch, ähm... Ist die Truhe von hinten, die wir gerade gesehen haben noch. Die Truhe von hinten, eben gerade aus dem Militärcamp holen. Wie spät haben wir es? Muss ich mal schauen. 10,54 haben wir es. Sehr gut. Ähm... Dann würde ich sagen... Das ist optimale Zeit. Wir können da mal hinwatscheln jetzt. Hier haben wir nichts mehr drin, aber Benzin müsste noch drin sein, ne? Ja, zwölf Liter. Leute, zwölf Liter Benzin. Ich würde sagen, das reicht erstmal. An Benzin. Hier sind genug Steine. Alter, was ist denn hier los? Ich suche vorne wie so ein blöder Steine und Holz. Und was haben wir hier? Eine Menge Giraffel am Start. Steine. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt machen mit dem Seil. Wie wir das Seil herstellen. Das weiß nämlich auch noch nicht so wirklich. Weil Seile brauchen wir auch. Das auf jeden Fall. Oh, was ist dir passiert, ey? Ist der Baum abgefallen hier, oder was? Ja, holler, die Waldfee. Was ist dir los jetzt auf einmal? Fällt dir alles vom Baum runter hier, oder was? Eine Menge Zeug hier. Bei uns vorm Haus. Sehr, sehr gut. So, Baumrinde auch noch. Die snacken wir uns einfach mal ein, die Baumrinde. So, dann schauen wir mal, was ist das hier eigentlich? Liegt hier auch noch irgendwas Spannendes irgendwo rum? An diesem komischen Fass? Nö. Außer nichts ist hier nichts. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal da hin. Unser Rambo-Messer ist am Start. Und dann holen wir uns mal die komische Truhe, die eben gerade noch da standen hat. Ich hoffe, das klappt jetzt, so wie ich es mir vorstelle. Du kommst mit, du kommst auch mit. Und ich hoffe, cool wäre es natürlich, wenn es noch hier Metal Strap liegen würde irgendwo. Was ich aber bezweifeln tue. Weil wir haben ja schon echt jetzt so viel. Wo ist denn jetzt die blöde Truhe gewesen? Oder die Kiste eben gerade? Wer hat noch eine coole Kiste eben gerade gefunden hier? Ach da. So, pass auf. Move. Mitkommen. So, die nehmen wir mal mit. Laufen können wir damit auch. Perfekt. Das machen wir mal so, dass wir auch durchkommen. Können wir die nicht irgendwie drehen, dass sie so gerade auszeigt? Doch, herrlich. So, dann kommen wir nämlich auch durch hier. Dann können wir jetzt die blöde Kiste mal snacken. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da durchkommen. Ah, das ist natürlich doof jetzt, ne? So, dann machen wir es anders. Ha! So wird das hier ein Schuh draus. Perfekt. So, unser Haus ist auf jeden Fall am Start. Sieht schön aus. Die alte Bruchbude. Die Kiste nehmen wir mit auf jeden Fall. Da überlege ich gar nicht. Die brauchen wir definitiv, die Kiste. So, du kommst mit, habe ich gesagt. Ist aber nicht leicht, die Kiste hier rein zu bekommen. Jetzt habe ich Scheiße gemacht, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich Kacke gemacht. So, mal ein bisschen so machen. So. Die Tür zumachen. Bloß zumachen. So, hast du mir überlegen. Kiste hier rüber oder... Ich würde sagen, hier rüber, ne? Das ist die Küche so. Da ist wir da alles so... Blöden. Blöden sei schon. Dass wir da alles hinstellen, was wir so brauchen. So, du musst auf jeden Fall noch einmal moven. Du musst nämlich dich mal so hinstellen, mein Freund. So. Dann haben wir unsere Kiste. Und da werden wir jetzt einfach mal so ganz entspannt... Ähm... Die ganzen Sachen reinmachen. Wie die ganzen Metal Scraps und weiß der Geier was alles. Ähm... Zum Beispiel Holz. Ähm... Holz mal nehmen. Metal Scraps. Das da... Was haben wir hier noch drin, ne? Nägel zum Beispiel können wir auch noch mit reinmachen, ne? Zwar nicht viel Platz drin, aber hey, Leute. Was ist denn jetzt los? Hat er denn so ein Auftrag? Warum schmeißen wir es daneben? Geht es ihm gut oder so oder... Keine Hobbys? Ich weiß es noch nicht wirklich. So. Einmal bitte Tor aufmachen, mein Freund. So, und du kommst denn da hin? Du kommst denn da hin? Und Nägel haben wir echt massig mittlerweile. Weil wir haben uns in der einen... Der eine Mal ja richtig viel, ähm... Nägel machen können. Das haben wir auch noch ganz viel am Start. Das ist sehr gut. So, wenn wir natürlich jetzt nur sowas hätten, nur solche Kisten, wäre natürlich auch richtig geil. Das muss ich gucken. Ähm... So, dann machen wir hier noch ein bisschen die da rein. Und das da. Ach, Steine ohne Ende, ey. Unfassbar. Aber Steine sind immer gut. Steine können wir irgendwann mal gebrauchen. Brauchen wir so oder so bestimmt wieder mal. Irgendwann brauchen wir die Steine auf jeden Fall. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch 13 davon. Acht Federn. Perfekt. So, hier ist jetzt leer, würde ich sagen. Irgendwann haben wir noch Blätter. Da haben wir Blätter. So, die können wir auf jeden Fall komplett decken. Das ist richtig nice. Die Blätter machen wir darüber. Und die Bären kommen zum Essen. Und Essen ist bekanntlicherweise bei uns hier unten drin. Die Flasche Wein möchte ich nicht haben. Dankeschön. So, noch ein bisschen was essen. So, dass wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was am Start haben, Leute. Ein bisschen was brauchen wir. So, wir haben auf jeden Fall jetzt heute mal unser Grill gebaut. Unsere eigene Werkbank. Was natürlich sehr geil ist jetzt. Jetzt können wir von hier aus richtig schön arbeiten. Das passt. Streichhäuser können wir machen. Wir müssen halt gucken, dass wir unsere Axt wieder finden. Vielleicht kriegen wir auch Eimer hin. Eigentlich können wir machen. Vier und eins brauchen wir. Okay, warte mal. Pass mal auf. Den machen wir jetzt einfach mal. Dass wir unseren Eimer schon mal haben. Haben wir gar nicht. Scheibenklässler. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeug dabei. Okay. Ja gut, dann müssen wir das anders mal ein anderes Mal machen auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal werden wir dann hier ein bisschen mehr Dekorationszeug reinballern. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall noch das da. So, mal gucken. Wir können auf jeden Fall auch noch für draußen. Zum Trocknen von Zeug brauchen wir halt Seile. Jetzt ist die Frage, wie machen wir Seile. Das muss ich erstmal schauen. Eine Mülltonne. Können wir auch bauen. Ob wir es brauchen, weiß ich nicht. Aber überlebenswichtig ist auf jeden Fall erstmal. Oh, das sieht ja auch nicht schlecht aus. Ein Ofen, also eine Schmiede wäre natürlich auch geil. Das heißt, wir brauchen aber 18 Steine und zwei Komponenten. 18 Steine. Warte mal, 18. Haben wir nicht 18 Steine, Leute? 8, 19, 18. Komponenten haben wir wo? Zwei. Pass mal auf. Dann haben wir doch eigentlich... Dann haben wir doch eigentlich... Ähm... Die Schmiede safe. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Sehr geil. Äh? Ähm... Okay. Das zum Thema dazu. Dass es der Nebel kommt. Und Nebel heißt auf jeden Fall nichts Gutes, meine Freunde. Ähm... Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr wisst ja, was passiert. Jetzt kommt der Nebel und dann ist die E-Schicht im Schacht. Ähm... Müssen wir ein bisschen abwarten, Nebel. Ja, wenn es euch gefallen hat, einfach mal ein Like da lassen. Würde mich sehr drüber freuen. Oder einfach mal abonnieren, Glocken aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr, was bei mir hier Mist angeht. Und keine Sorge, Livestreams werden die demnächst auch noch kommen wieder. Ähm... Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich bin raus. Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde.